Zusatz zu Beginn der Rinder jetzt zu vier zusätzlichen Omni-Würfel, wird in der gegnerischen Figur ausgeschaltet oder nach Anwendung von Spezialfiguren in der Figur. Er schafft drei Omni-Würfel, zieh dann den Kader bis weiter im Zug, bis du eine Kampfaktion durchführst, wenn die Figur wechselnd bestätigt. Wenn du am Ende der ersten Rolle noch nicht alle Figuren des Gegners ausgeschaltet hast, führst du das Duell. Oh Gott. Okay, probieren wir das mit dem Pfeilsturm. Hmm, okay. Reservisten im Anmarsch, zwei? Was? Ja, aber das bringt mir gar nichts. Das kostet mich zwei. Nein, nein, das macht keinen Sinn. Oh Gott. Jo, wieso wechselt er nicht die Scheißfiguren? Was geht ab? Ich glaube, ich habe schon verloren. Okay, jetzt sind wir uns alle Gegner auf dem Feld, I guess. Der stirbt jetzt auch noch. Oh. 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 bleiben und auto attacks und spezialfähigkeit sparen macht nur einen schaden mit standard eingriff warum ich hab nur sechs würfel du wirst eine endphase der runde des duell verlieren aber das heißt doch dass wenn ich jetzt meine runde beende kommt noch der damage oder please tell me dass da jetzt noch der damage von dem vieh kommt wobei ich könnte meinen zweiten pyro würfel ziehen theoretisch theoretisch könnte ich den zweiten würfel ziehen ach so ne wobei jetzt kostet es mir nicht jetzt das sind echt ätzende challenges mein deck für die youtubes